Nach der blutig beendeten Geiselnahme auf dem Gasfeld in Algerien hat die Islamistengruppe weitere Angriffe angedroht, vor allem gegen Frankreich. Das Land müsse für seine Aggression gegen die Muslime im Norden Malis bezahlen, so ein Sprecher. Die Islamisten hatten den Angriff auf die Anlage von Inaminas, nach Angaben des algerischen Ministerpräsidenten Abdelmalek Selal, zwei Monate lang geplant. Zur Rettungsaktion erklärte er, die Mehrheit der Geiseln wurde befreit. Fünf Ausländer werden allerdings immer noch vermisst. Vielleicht verstecken sie sich irgendwo, vielleicht sind sie woanders oder vielleicht sind sie tot. Unter den Terroristen waren laut Selal Islamisten aus Algerien, Kanada, Tunesien, Ägypten, Mali, Niger und Mauretanien. Sie alle gehörten der Gruppierung von Mokta Bel Mokta an. Der Algerier ist ein erfahrener Wüstenkrieger und gilt als Drahtzieher der Geiselnahme. Er finanziert seine Gruppe mit Entführungen, Zigaretten und Waffenschmuggel.